Hallo liebe Follower, willkommen auf meinem Kanal. Heute bin ich mit einem neuen Video bei euch. Ich bin wieder mit einem neuen Video über Frieden und Regen bei euch. Bevor wir zu unserem Video kommen, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mein Video zu liken und unser Video zu teilen, um uns zu unterstützen, vielen Dank. Der Punkt, an dem Baris Bektas Liebhaber Yakmur Yüksel-Harsch erklärte, dass er ihr nicht erlauben würde, eine Beziehung mit jemand anderem zu haben, während Bektas Aussage seiner Beziehung eine neue Dimension hinzufügte, war der Punkt, der bei seinen Fans und Anhängern für Überraschung sorgte, einer von Baris Bektas, einer der bekannten Namen des türkischen Fernsehens, über die Zukunft seiner Beziehung zu seiner geliebten Yakmur Yüksel. Bezogstellung Ich würde es nicht zulassen, dass ich eine Beziehung mit jemand anderem habe. Da bin ich mir sicher und meine Freude drückt sich deutlich in pointierten Worten aus. Nun, die harte Aussage des Steins zeigt, wie ernst die Beziehung des Paares ist und wie sehr Baris Bektas sich um diese Beziehung kümmert. Besonders die Beziehungen berühmter Namen ziehen die Aufmerksamkeit von Social Media und Followern auf sich und solche Aussagen haben oft große Auswirkungen. Diese Aussage löste auch eine Diskussion über Beziehungsdynamiken aus. Da das Privatleben berühmter Schauspieler meist vor Kameras und Mikrofonen stattfindet, wird es für sie als wichtiger Schritt angesehen, ihre Haltung in ihren Beziehungen klar zum Ausdruck zu bringen. Diese Aussage von Baris Bektas über Yakmur Yüksel weckte bei Fans und Followern große Neugier, wie sich die Beziehung der beiden in den kommenden Tagen entwickeln würde. Das Liebesleben der beiden erregt weiterhin die Aufmerksamkeit der sozialen Medien und der Öffentlichkeit. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben. Sie können uns Ihre Gedanken zu diesem Thema mitteilen.